Hallo, herzlich willkommen. Das ist euer Frank. Schön, dass ihr dabei seid. Ich möchte euch heute etwas erzählen, wie ihr vernünftig übergewichtlos werden könnt. Das größte Problem beim Übergewicht ist euer Stoffwechsel. Das bedeutet, ihr müsst bei eurem Stoffwechsel darauf achten, welchen Stoffwechsel ihr anschmeißt. Ihr habt drei Möglichkeiten. Der erste Stoffwechsel ist der Zuckerstoffwechsel, der zweite Stoffwechsel der Eiweißstoffwechsel und der dritte ist der Fettstoffwechsel. Weil die meisten Produkte, die wir heutzutage im Supermarkt finden, voll mit Zuckerstoffen sind, schmeißt natürlich euer Körper den Zuckerstoffwechsel an und sagt sich, ach, die anderen brauche ich einfach mal nicht. Die schiebe ich einfach ein bisschen beiseite. Wenn ihr aber darauf achtet, den Zuckeranteil in eurer Ernährung so klein wie möglich zu halten, dann habt ihr die gute Chance, dass ihr den Fettstoffwechsel anschmeißt, der wiederum auch euer körpereigenes Fett verbrennt. Aber solange ihr Zucker zu euch nehmt, habt ihr keine Chance, den Körperanteil des Fettes zu reduzieren, da das System diesen Fettanteil speichert und sagt, ich brauche diesen Fettanteil. Darum achtet drauf, Zucker zu reduzieren in eurer Ernährung und die Sache ein wenig zu forcieren. Mehr Fett, mehr Eiweiß, mehr Ballaststoffe, vitaminreiche Nahrung und je frischer, desto besser. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, euer Frank und gebt mir ein Feedback, wenn es geklappt hat und ihr Gewicht verloren habt. Alles Gute!